Ich war dann so drinnen, dass ich nicht mehr ausgekommen bin, ohne am Tag 10-15 Mal Pornas zu schauen und zu masturbieren. Also Bro, schön, dass du da bist. Kannst du ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du so machst beruflich oder ob du studierst? Kannst du ein bisschen was sagen? Ja, also ich bin der Johannes, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Wien und meine Vollzeitbeschäftigung ist, ich studiere Meteorologie, mittlerweile Master schon, einfach weil ich eine Leidenschaft für Naturwissenschaften habe. Genau, das ist irgendwie, womit ich meinen Alltag so verbringe. Ja, mache auch gern hobbymäßig Kraftsport, mache gern Musik und so weiter. Das sind so, ja, irgendwie so, wie mein Leben so ausschaut. Was hat dich dazu gebracht, Meteorologie? Also kannst du es irgendwie, ohne jetzt zu sehr ernst zu sagen? Ja, die kurze Antwort ist, ich weiß es nicht. Die lange Antwort ist, ich habe gesehen, oder die längere Antwort, ich habe ein Interesse für Mathematik, Physik und auch für Programmieren und solche Sachen. Ich habe dann einfach rein im Curriculum geschaut, was ist ein Studium, wo diese drei Sachen, alle drei gut vertreten sollen und das ist es, worauf ich gekommen bin. Und das hat dann gepasst. Also wir werden heute reden über Pornografie. Also du hast auch eine Geschichte über Pornografie und ich finde es cool, dass du dich heute öffnen möchtest und einfach wirklich ein bisschen mehr Licht in die Sache bringen willst, was du so erlebt hast. Ich möchte also ganz kurz vorher dich fragen, weil das auch, finde ich, so wichtig ist, wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen? Also ob du da ganz kurz drüber ausführen kannst, weil ich finde das immer sehr interessant, die persönlichen Zeugen zu hören. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie und aus verschiedenen Gründen, das hat zu tun gehabt, auch mit viel Verletzung, die ich in christlichen Kreisen erlebt habe, da war ich dann an irgendeinem Punkt von meinem Teenager-Alter dann so, na, ich breche jetzt aus und ich lasse das alles hinter mir. Weil das Ding ist, ich habe sehr viel Wissen gehabt, aber ich habe Jesus nicht persönlich gekannt. Und dann bin ich irgendwie so weggerannt, habe mein eigenes Ding gemacht und habe eben meine Erfüllung in verschiedensten Dingen gesucht, unter anderem eben auch Pornografie. Und was ich bemerkt habe einfach über die Jahre war, ich verstehe nicht, was los ist. Irgendwie alles, wo ich Erfüllung suche, lasst mich noch leerer zurück, als ich es vorgefunden habe. Sei es Pornografie, sei es Alkohol, sei es dieses, sei es jenes. Bis es dann vor fünf Jahren passiert ist, dass ich tatsächlich einfach eine Begegnung mit Jesus gehabt habe, die absolut mein Leben verändert hat. Also vor fünf Jahren habe ich eine Begegnung mit der Liebe Gottes gehabt, die mir so richtig die Augen geöffnet hat. Und wo ich gesagt habe, wow, okay, Gott, wenn du so bist, dann soll kein Tag meines Lebens mehr vergehen, wo ich keine Gemeinschaft mit dir habe. Und wo ich nicht sehe, wie das, was da in der Bibel steht, was da im Wort Gottes steht, dass das Realität wird in meinem Leben. Das ist stark. Ja, das ist das, was alles verändert. Wenn es, sag ich mal, vom Kopf ins Herz geht, wenn du wirklich eine lebendige Begegnung hast mit den Herren. Aber ich weiß, wie es bei mir war. Ich war auch, also ich bin auch in einer christlichen, sag ich mal, in einer religiösen Familie aufgewachsen. Ich bin auch vom katholischen her. Weißt du, man geht halt am Sonntag in die Kirche, singt halt ein paar Lieder und das war's. Aber es war wirklich, es war keine wirkliche, ich habe Gott nicht gespürt, nicht wahrgenommen. Und seitdem ich auch meine Begegnung hatte mit dem Herren, hat auch alles verändert. Und das ist das, was halt Leben verändert. Und jetzt weiter, wenn wir jetzt weiter zur Pornografie gehen, also man hört ja heute, dass die Leute immer früher erst Kontakt haben mit Pornografie. Also bei mir war es noch mit 15. Vielleicht mal, dass du kurz ausführen kannst, wie es bei dir war. Ich meine, das belegt jetzt quasi schon den Punkt, bei mir war es mit 11. Ah, okay. Das war ein recht interessantes Setting. Das war tatsächlich in der Schule. Am Ende vom Unterricht, alle anderen Schüler waren schon weg. Und irgendwie zwei Kollegen von mir und ich waren da, sind vorne zum Lehrer-PC gegangen und haben da einfach ein bisschen rumgespielt. Und einer von den beiden ist dann wie selbstverständlich einfach auf eine Pornoseite gegangen. Und hat da einfach vor unseren Augen Sachen abgespielt. Genau, das war irgendwie so der erste Kontakt. Wie hast du dich da gefühlt, als du das erste Mal das gesehen hast? Was war so deine, hast du irgendwie gedacht, okay, das ist interessant, ich will mehr davon sehen? Oder war das eher so ein bisschen so eine, okay, ich weiß, mein Gewissen sagt mir, okay, das passt nicht. Oder wie war das bei dir? Kannst du dich noch zurückerdenken? Es ist ganz interessant, es war nämlich fast eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich es wirklich beschreiben soll. Es war irgendwie einerseits dieses, ich habe bis in mein tiefstes Inneres gemerkt, Alter, das ist nicht richtig, was da gerade passiert. Also ich habe das fast schon physisch gespürt, dass mir übel worden ist, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hat mich da echt irgendwie was gepackt. Und es war so diese Neugier da und so dieser Rush irgendwie, sodass ich dann daheim weitergesucht habe. Und das kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie hat sich das dann entwickelt über die Jahre hinweg, dass du dann wirklich, bist du dann auch, also würdest du von dir selber sagen, dass du dann auch wirklich abhängig warst? Oh ja, auf jeden Fall. Und ich sage das deswegen, weil das ist einfach eine zahlenmäßige Sache. Es hat sich dann irgendwie so entwickelt, so zu Hause. Also ich habe dann weitergesucht in den kommenden Wochen und Monaten und am Anfang war das noch eher selten, am Anfang war das nur hier und da, weil da war eben noch diese Hemmschwelle sehr hoch. Da war eben genau dieses so, ich habe irgendwie diesen Rush und wenn man da einmal drinnen ist, dann dreht sich das Radl weiter. Aber gleichzeitig war es noch irgendwie so dieses, dass ich mich da selber vor mir geeckelt habe, während ich das gemacht habe. Und irgendwie mit der Zeit ist dann diese Hemmschwelle abgebaut worden. Mit jedem Mal mehr, wo man irgendwas anklickt, wird die niedriger, habe ich die Erfahrung gemacht. Und mit der Zeit war es dann so, um da wirklich Zahlen zu nennen, ich war dann so drinnen, dass ich nicht mehr ausgekommen bin, ohne am Tag, sage ich mal, 10 bis 15 Mal Pornas zu schauen und zu masturbieren. Und von daher würde ich schon sagen, das war eine Sache, die mein Leben dominiert hat. Wird sich das auf deine Beziehungen ausgewirkt, zum Beispiel mit Freunden, mit Familie? Kannst du da irgendwie so sagen, inwiefern hat sich das negativ ausgewirkt auf deine Beziehungen? Also ich war generell zu dem Zeitpunkt eine sehr unsichere Person und das war irgendwie so ein sich gegenseitig verstärkender Mechanismus, würde ich sagen. Also ich habe gemerkt, so einer der Gründe, warum ich mich Pornografie dann wieder und wieder und wieder und wieder zugewendet habe, war irgendwo diese Unsicherheit und diese Leere, diese innerliche und dieses Nichtwissen, wer man eigentlich ist. Und das hat dazu geführt, dass ich das konsumiert habe. Und umgekehrt wiederum, dass ich das konsumiert habe, hat diese Unsicherheit wieder verstärkt. So ein Teufelskreis eigentlich, kann man sagen. Ja, sich gegenseitig verstärkender Mechanismus irgendwie. Ja, und logischerweise, wenn man irgendwie eine unsichere Person ist, dann schlagt sich das in jeder Beziehung nieder. Dann ist man einfach ungeduldiger mit Leuten und so weiter. Hast du auch, also ich weiß, wie es bei mir war, ich hatte voll ein falsches Bild von Frauen. Also es hat sich halt so eingeschlichen. Und ich war dann wirklich so an Situationen, wenn ich Frauen gesehen habe, dass ich die wirklich in Gedanken schon ausgezogen habe. Also so richtig wie ein fleischiges Objekt, also wie so ein Stück Fleisch gesehen habe. War das bei dir auch so ähnlich? Definitiv. Ja, total. Und ich muss sagen, wenn das Hirn einmal so konditioniert ist, dann ist das auch eine Sache, die man so schnell nicht mehr los wird. Die man nicht so leicht los wird. Und ich merke, manchmal kommt auch jetzt noch so dieser Gedanke, dass sich das da so ein bisschen verselbstständigt. Und das erfordert einfach wieder und wieder eine bewusste Entscheidung zu treffen. Nein, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht gesteuert von dieser Lust. Und das ist jetzt aber definitiv ein Riesenthema. Und wie bist du dann, also was, wenn du jetzt konkret was darüber sagen kannst, wie bist du dann freigekommen? Oder dass du jetzt wirklich, sag ich jetzt mal, an dem Punkt bist, wo du frei davon leben kannst, also wo du nicht dran gebunden bist. Kannst du da sagen, was konkret da der Schlüssel war für dich jetzt persönlich? Ja, das war echt interessant, weil noch vorher ich wirklich diese prägende Erfahrung mit Jesus gehabt habe, habe ich wieder und wieder trotzdem schon Zeiten gehabt, wo ich gemerkt habe, das tut mir einfach nicht gut. In dieser Intensität, ich wollte es vielleicht nicht ganz loswerden, aber ich habe gemerkt, das dominiert so richtig mein Leben und das tut mir einfach nicht gut. Ich habe dann wieder und wieder versucht, längere Pausen davon zu nehmen. Und das Interessante war, jedes Mal, wenn ich das versucht habe, habe ich es vielleicht für ein, zwei Wochen durchgezogen. Und dann ist es noch stärker wieder zurückgekommen und ich habe wieder total die Kontrolle darüber verloren. Das war interessant, weil das ist auch noch weiter so gegangen, wie ich dann wirklich Christ geworden bin. Und da habe ich gemerkt, okay, man hört ja immer so, ja, das ist nicht okay und das sollte man nicht machen und so weiter. Und das Problem war, rein diese Information hat mir nicht weitergeholfen, weil die Information, man sollte es nicht machen, hat nur dazu geführt, dass ich wieder versucht habe, mich da selber zu verbessern und jedes Mal wieder auf die Schnauze gefallen bin damit. Und das Interessante war, ich kann das wirklich sehr konkret sagen, was mir da geholfen hat. Und oftmals, wenn du so in christlichen Kreisen bist, du kriegst so dieses Bild vermittelt, das und das ist Sünde und du musst halt ein bisschen kämpfen und wenn du nicht schaffst zu kämpfen und wenn es dann doch nicht funktioniert, dann hast du halt Pech gehabt und ich elender Mensch und ich muss halt einfach warten, bis Jesus wiederkommt und mich aus dem erlöst. Das war die Perspektive, die ich gehabt habe. Und dann bin ich da eines Tages, ein paar Monate nach dieser Begegnung mit dem Herrn und ich lese in der Bibel und habe mir jetzt nicht groß irgendwie was dabei gedacht und plötzlich stolper ich da über diesen einen Vers und der springt mir so richtig ins Auge und der Heilige Geist hat mir den wirklich so entgegenspringen lassen. Und das war Jakobus 4, Vers 7, da steht, unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen. Und das war wirklich eine Bibelstelle, die hat mein Leben verändert. Und ich habe mir gedacht, warte mal, der erste Part unterstellt euch Gott, das tue ich ja schon die ganze Zeit, ich will ihm nachfolgen mit allem, was ich bin. Das heißt, ich kann den zweiten Teil für mich annehmen. Und das hat zum ersten Mal so diese Ahnung in mir wach werden lassen, so, oha, Freiheit ist möglich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und wenn das da jetzt so steht, dann habe ich keine andere Option, als das einfach mal auszuprobieren. Und ab dem Punkt, das klingt so verrückt, weil ich war so tief drinnen, aber ab dem Punkt, jedes Mal, wenn dieses Verlangen gekommen ist, wenn diese Lust da gekommen ist, wenn diese Versuchung da gekommen ist, und wenn du zuschaust und du bist drin in dem Ganzen, du weißt genau, wovon ich spreche. Jedes Mal, wenn diese Lust gekommen ist, und das war übrigens auch noch eine wichtige Realisation, die Versuchung selber, die ist noch nicht die falsche Handlung. Die ist noch nicht die Sünde, die ist noch nicht das, was einen gefangen hält, sondern dann die Entscheidung, was wir damit tun. Und das hat mich dann komplett verändert, so dieses jedes Mal, wenn diese Versuchung so auf mich zugeflogen kommt, dass ich sage, in Jesu Namen gehe. Und von einem Tag auf den anderen hat das funktioniert. Und dann hat es, gut, dann hat es ein paar Monate später nochmal ein Ereignis gegeben, wo ich dann nochmal nachgegeben habe. Und ich habe aber genau gewusst, in der Situation, und ich glaube wirklich, dass das was war, was der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, ich habe genau gewusst, in der Situation, wenn ich will, kann das jetzt mein letztes Mal gewesen sein. Und das war vor viereinhalb Jahren. Und da war es dann wirklich so, jedes Mal, wenn diese Versuchung kommt, in Jesu Namen gehe. Einfach die Autorität, die ich von Gott darüber bekommen habe, und die du als Gläubiger auch von Gott darüber bekommen hast, dir auszuüben, ja, und dann fragst du mich vielleicht, was passiert, wenn es zehn Minuten später wiederkommt. Ganz einfach, du machst zehn Minuten später wieder dasselbe. Und das war dann echt interessant, weil das hat funktioniert, und ich dachte, das gibt es ja nicht. Über Jahre habe ich mir gedacht, ich muss da irgendwie ringen damit, und dann war es so einfach. Und das ist, glaube ich, auch die Quintessenz von dem Ganzen heute. Weil jeder, der zuschaut, möchte das, weiß, es ist Freiheit verfügbar, es gibt keine hoffnungslosen Fälle, und es funktioniert, du kannst frei sein, und Gott wird dir helfen dabei. Und wenn sich das so eins macht, dein Wille, da frei zu werden, und die Entscheidung, die du triffst, und die Kraft Gottes, die sich da drauflegt auf deine Entscheidung, dann muss es funktionieren. Warst du eigentlich auch mal in der Situation, wo du so ein bisschen mit dem Ganzen rumgespielt hast? Also mit Sünde, also mit dem, dass du dich dem halt bewusst hingegeben hast, also absichtlich, obwohl du genau wusstest, okay, es ist jetzt nicht in Ordnung. Oder du hast sozusagen, der Heilige Geist befähigt dich schon, frei davon zu leben. Hast du auch mal diese Situation gehabt, das würde mich auch interessieren? Nie so wirklich eigentlich. Also es war dann irgendwie, in dem Moment, wie Jesus in mein Leben gekommen ist, war es einfach sowas von klar, dass das nicht der Wille Gottes ist. Und das ist vielleicht darauf zurückzuführen, auf die Art von Begegnung, die ich mit Gott gehabt habe. Ich meine, Jesus ist mir begegnet an einem Punkt, wo ich prinzipiell in meinem Herzen schon so Sachen gedacht habe, wie, ich will eigentlich gar nicht mehr leben, und das hat alles keinen Sinn mehr. Und deswegen war mir klar, diese Begegnung, die ich da mit Jesus gehabt habe, die hat buchstäblich mein Leben gerettet. Und deswegen habe ich dann irgendwie nie so das Bedürfnis gehabt, da Kompromisse zu machen oder so. Ja, ich finde es voll interessant, weil jetzt irgendwie die Geschichten voll unterschiedlich sind. Weil ich persönlich war voll an dem Punkt, wo ich wirklich rumgespielt habe mit dem. Und daher habe ich dann sozusagen wachgerüttelt mit Träumen. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist no joke. Voll, ja. Ich glaube, das realisiert jeder früher oder später, dass das ganze Spiel ist. Und bei jedem passiert das auf individuelle Weise. Voll. Was würdest du konkret den Menschen als Tipps geben, die jetzt wirklich gefangen sind von Pornografie und wirklich frei werden wollen? Also du hast eh schon ein bisschen was drüber geredet. Was würdest du denen sagen? Ja, ich glaube, es sind einfach so ein paar konkrete Sachen. Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist, gestehe dir ein, dass du da einen Struggle hast. Es ist okay. Es ist wirklich okay, dass du struggelst mit dieser Sache. Du bist nicht allein damit. Boah, es ist ein bisschen erschreckend auch, wenn man da die Zahlen sich anschaut, die Statistiken, wie viele Leute tatsächlich gefangen sind von dem. Ja, das ist das Erste, was ich einmal sagen würde. Versuch nicht, das runterzudrücken. Versuch es nicht, unter den Teppich zu kehren. Sondern lass zu gewissem Grad auch Leute rein, würde ich sagen. Deine zwei, drei Burschen oder Mädels deines Vertrauens, die du in deinem Leben hast, lass sie rein und da ist überhaupt kein Scham dabei. Sag ihnen, hey, ich habe den Struggle und ich möchte eigentlich raus. Und lass es nicht im Dunklen. Das ist das Erste. Weil es ist, gestehe dir ein und es ist okay. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, du bist mehr als das. Du bist für mehr gemacht, als in Gebundenheit zu leben. Ja, und da möchte ich auch sehr klar darüber sein. Es ist keine Scham damit verknüpft. Aber eben genau deswegen ist wichtig, den zweiten Teil auch dazu zu sagen, du bist für mehr gemacht, als in Gebundenheit zu leben. Ja, das irgendwo zu realisieren, so, mein Leben muss nicht so ausschauen. Und es gibt ein Leben danach, es gibt ein Leben, es ist ein Leben möglich und sowas von lebenswert, ohne das Ganze klumpert. Ja, und dann, das Dritte, was ich sagen würde, ist, schau für Hilfe dorthin, wo sie wirklich herkommen kann. Und das ist am Ende des Tages die Kraft Gottes. Das Ding ist, es ist im Endeffekt ein Sinn-Issue. Es ist ein Herzensproblem. Und was meine ich damit? Das ist überhaupt nicht verurteilend gemeint, sondern das ist eine Diagnose, die im Endeffekt jeden Menschen da draußen irgendwo betrifft. Jeder von uns hat irgendwo das Gefühl, nicht genug zu sein, tief drinnen. Und das ist einfach deswegen, weil wir sind gemacht für eine Beziehung mit Gott. Und wenn wir das nicht haben, dann ist klar, dass wir irgendwo an unserem Ziel vorbeileben und uns fühlen, als wären wir nicht genug. Und das heißt, Pornografie ist ganz oft eine Kompensation für diese innere Leere, eine Kompensation für dieses Gefühl, ich bin nicht genug. Pornografie ist oftmals nicht das eigentliche Problem, sondern nur das Symptom von einer tief verliegenden Sache. Und deswegen würde ich sagen, setz dich da hin, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Geh da wirklich in Konversationen mit Gott, um herauszufinden, was die Wurzel von dem Ganzen ist. Bei mir zum Beispiel war es schlicht und einfach, hey, ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Ich habe eine innere Leere gehabt, ich war auf der Suche nach Erfüllung in meinem Leben und habe irgendwo entlang des Weges dieser Lüge geglaubt, dass das es stillen kann. Ich war auf der Suche nach wirklich dieser bedingungslosen Liebe, nach dieser Annahme. Ich habe mich von niemandem wirklich angenommen gefühlt. Und da war Pornografie irgendwie so mein Safe Space, sage ich mal, was natürlich ein Blödsinn ist. Aber genau, das Dritte, was ich dir wirklich sagen will, ist, setz dich hin mit dem Heiligen Geist, ganz entspannt, geh da in Konversationen mit ihm und find heraus, was die Wurzel von dem Ganzen ist. Und dann ist im Endeffekt einfach eine Sache, du wirst da auf Lügen stoßen, die du geglaubt hast. Und auch das wieder, es ist okay, dass du Lügen geglaubt hast, aber bleib da nicht stehen, sondern ersetzt die Lügen durch Wahrheit. Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, und du wirst sehen, wie sich wirklich dein ganzes Denken verändert. Das ist auch, wovon die Bibel spricht, erneuert euer Denken. Das Denken wird erneuert, sodass ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, Perfekte und Wohlgefällige. Und du wirst irgendwo dann mehr und mehr beginnen, zu denken, wie Gott denkt über diese ganzen Dinge. Und irgendwann wirst du gar nicht mehr das Bedürfnis haben danach. Und irgendwann wirst du merken so, hey, ich brauche das nicht mehr und das ist nichts mehr, was mir auch nur irgendwie Erfüllung geben kann, sondern ganz im Gegenteil. Und dann ganz konkret, wenn diese Versuchungen kommen, ganz einfach, du flirtest nicht mit der Versuchung, sondern du hackst dir den Kopf aus. Das ist wichtig. Rigoros umgehen mit Versuchungen, nicht irgendwie da herumspielen damit, herumflirten damit und sich darauf einzulassen irgendwie, sondern sofort den Kopf abhacken. Weil zum Beispiel eben, Josef in der Bibel ist das ein sehr gutes Beispiel. Also wo die Frau vom Potiphar immer wieder versuchen wollte und er ist aber weggelaufen. Und ich denke, wenn die Versuchung kommt, ist das die beste Lösung wirklich damit. Also nicht versuchen aus eigener Kraft dagegen anzustehen, zu stehen, weil diesen Kampf wirst du nicht gewinnen. Also so spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Aber wenn ich jetzt wirklich den, also wenn ich merke, okay, die Versuchung ist da und ich laufe aber weg, also so wie es Josef gemacht hat, dann weiß ich, okay, ich kann dem widerstehen, also ich brauche dem nicht widerstehen, weil ich gebe mich dieser Versuchung erst gar nicht hin. Ja, genau. Das heißt, zusammengefasst, ich würde sagen, es sind zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Durch deine Beziehung mit dem Herrn, dann durch das Wort Gottes wird dein Denken erneuert, sodass du schon mal eine ganz andere Ausgangsposition hast und das weniger und weniger überhaupt willst irgendwo. Und dann aber, das ist irgendwie so der langfristige Prozess, aber so im kurzfristigen, in den Momenten konkret, wenn die Versuchung kommt, verwende den Namen Jesus. Verwende die Autorität, die im Namen Jesus steckt und weise es zurück. Also diese beiden Sachen parallel, würde ich sagen, sind der konkrete Schlüssel. Was würdest du Leuten sagen, die jetzt zum Beispiel, die stolpern rein, also stürzen, stolpern, fallen hin und schauen sich etwas an. Masturbation ist vielleicht auch dabei. Und die schämen sich. Die schämen sich und denken sich, hey, ich kann so jetzt nicht irgendwie zu Gott kommen. Was würdest du sagen? Das ist eine super Frage. Mir hilft da auch Erkenntnis aus dem Wort Gottes extrem. Und das ist die folgende. Was du tust, kann niemals verändern, wer du bist. Aber wer du bist, wird komplett verändern, was du tust. Das ist gut, ja. Super. Das ist eine Sache, die funktioniert. Das ist Einbahnstraße. Das funktioniert nur in eine Richtung. Das heißt, wenn du stolperst, dann ist das eine Handlung, dann ist das eine Aktion, die verändert absolut nichts an deinem Wert und wer du bist und an deinem Status und wie Gott dich sieht, als heilig gereinigt und gerecht gemacht, wie es 1. Korinther 6 sagt. Es kann nie was daran ändern, du bist eine neue Schöpfung und Gott haltet dir das nicht mehr vor. Er sieht dich nicht mehr durch diese Linse, sondern er sieht dich durch die Linse Jesus. Das, was du tust, kann niemals verändern, wer du bist. Wer du bist, kann aber sehr wohl verändern, was du tust. Und deswegen in diesem Moment konkret würde ich sagen, hey, du stehst einfach wieder auf, du bist gefallen, du stehst wieder auf und dann hast du einen absoluten Neustart, weil Jesus eh schon dafür bezahlt hat. Das heißt, du sagst, okay, ja, danke Jesus, dass das nicht ist, wer ich bin. In Jesu Namen, ich tue vielleicht Busse dafür. Ist vielleicht auch nicht schlecht, nochmal mit Gott übereinzustimmen, hey, das war nicht okay, aber du lässt es hinter dir liegen und die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und das ist das Coole, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du so eine Tochter Gottes bist, du hast schon in diesem Moment, wo es passiert ist, ohne irgendwas weiteres noch dafür tun zu müssen, wieder einen frischen Neustart zur Verfügung. Genau. Und das würde ich dir mitgeben, wenn dich das betrifft. Und gleichzeitig aber auch wieder, da sind wir wieder bei dem langfristigen Prozess. Du wirst merken, deine Beziehung mit dem Herrn wird mehr und mehr dein Denken erneuern. Das heißt, du wirst auch gar nicht in die Gefahr kommen, wenn du das Ganze halbwegs ernst nimmst mit Gott. Du wirst gar nicht in die Gefahr kommen, quasi diese frischen Neustarts, die du da immer kriegst, irgendwie auszunutzen und damit zu spielen. Du wirst gar nicht in die Gefahr kommen, weil du wirst merken, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, dass eben auf lange Sicht dein Denken mehr dem Seinen angepasst wird. Und deswegen, das ist eine coole Sache. Sehr gut, sehr gut. Preach. Ja, Bro, wenn du jetzt noch beten möchtest für die Leute, die zuschauen, wirklich gefangen sind von Pornografie, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Das beten für die Leute. Danke, ja. Oh, yes. Wow. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du gute Gedanken hast über jeden Einzelnen, der hier jetzt zuschaut, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt jeder Person begegnest, die da zuschaut, dass echt die Atmosphäre in ihrem Raum sich verändert. Ich danke dir echt, dass die Dunkelheit, die aus Pornografie kommt, die sie umgibt, die Leute, die jetzt zuschauen. Halleluja. Dass das jetzt echt fallen muss im Namen von Jesus. Ich bete echt, Jesus, dass echt wirklich so strahlen von deinem Licht, sich da jetzt ihren Weg durchbahnen durch dieses ganze Dickens kich dir jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater, für eine neue Hoffnung, die jetzt freigesetzt wird, für ein neues Bewusstsein, dass Freiheit möglich ist. Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Helfer bist, wie es das Wort sagt. Und ich bete jetzt echt für jede einzelne Person, die zuschaut, der Heilige Geist wird sich dir als Helfer offenbaren in Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir echt, Herr Jesus, dass du jetzt beginnst, da wirklich so den ersten Dominostein anzustoßen in manchen Prozessen. Ich spüre das gerade im Geist, dass in Personen, du denkst schon länger drüber nach, irgendwie diesen Bereich in deinem Leben in Angriff zu nehmen mit dem Herrn gemeinsam, aber du hast es noch nie so wirklich gemacht. Und ich spreche jetzt aus, dass jetzt in Jesu Namen wie so dieser erste Dominostein in diesen Prozess angestoßen wird, so dass du hineinsteigst in das, was dir schon längst gehört, nämlich die Freiheit Gottes. Und so segne ich jetzt jeden, der Zuschauer, den Jesu mächtigen Namen. Amen. Danke, Herr. Bro, es war mir echt eine Freude, eine Ehre, dass du hier warst. Die Ehre ist meinerseits. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao, Leute. Untertitelung des ZDF, 2020